Mann, was ist denn das denn bescheuerte K*** schon wieder, meine Güte, keine bösen Wörter. Willkommen zu Folge 12 von Blair Witch, ja, wir laufen jetzt Richtung Haus, was letzte Folge aufgetaucht ist und ich weiß einfach nicht, woher es gekommen ist, aber wir gehen jetzt einfach rein. Okay. Das ist einfach hier in ein Haus aufgetaucht, auf dem Weg, wo ich hochgelaufen bin und mich die ganze Zeit darüber aufgeregt habe, dass es nicht weitergeht, ja, sehr gut. Ganz klasse, ganz großes Kino da haben wir. Das ist das Hexenhaus aus dem Film? Scheint so, wa? Das Haus der Hexe aus dem Film. Oh, nicht schon wieder. Okay. Hat der das jetzt aufgerüstet, das Ding? So eine einsame Häuser und dann auch noch. Oh Gott, ihr wisst, wie mich das wieder geträgert hat, der Scheiß. Oh, ich glaube, wir sind richtig. Da ist so ein weißer, gelber Fleck. Aber wir können uns ja gar nicht verteidigen. Wir haben ja auch keine Möglichkeit, uns zu verteidigen. Wir haben ja keine Waffe. Der Türpfosten, hier geht's auf jeden Fall hoch, wa? Ich denke mal so die ganze Zeit, das ist das scheiß Haus der Hexe. Ungelogen. Die aus dem Film. Und dann geht die dann in den Dings runter, glaube ich, in den Keller. Oder sie schreit und sucht nach ihm. Und dann ist er... Steht da ein Läcker an der Wand und dann endet der Film. Oder? Boah, ist das dunkel. Ich meine, dafür, dass sie hier alleine drin wohnt, ist das ziemlich groß, ne? Was haben wir da? Perfekt! Ich glaube, das war der Schlüssel für den Keller, richtig? Weil er meinte, er hat den ja in den Keller gesperrt. Aber es ist die Frage, welcher Keller. Bevor das auch aussehelfe aufgeploppt ist. Weißt du, was ich meine? Okay. Dann müssen wir hier durch. Aber wir haben da jetzt gerade schon... Hä? Wir wissen ja, dass der Junge im Keller ist. Wie entspannt er hier durchlaufen kann. Respekt, Alice. Respekt. Also meine Hose wäre schon lange voll. Wenn ich wüsste, was eigentlich so auf mich zukommt hier unten. Beziehungsweise... Ich weiß ja, dass wir ja hier im Wald sind mit so einem Verrückten. Und dann aber noch... Irgendwie... Die Hexe. Auch noch am Start, wenn das ja nach der Blabbage-Handlung ist, ne? Letzte Sitzung mit dem Patienten. Er ist endlich gewählt, wo Kitz will, zu verlassen oder, um es mit seinen eigenen Worten auszudrücken, er fühlt sich dazu in der Lage, sich weiter zu entwickeln. Das freut mich. Der Grund dafür allerdings nicht. Er wird sich für den Militärdienst melden. Ich mache mir Sorgen über den Effekt, den er in dieses Umfeld auf seine sensible Psyche haben könnte. Der Stress und die Traumata, die der Wehrdienst auslösen könnte, sind möglicherweise dazu in der Lage, sein Kindheitstrauma hinsichtlich des Waldes zu ersetzen. Doch der Wald wird ihn niemals verlassen. Egal wohin er geht, dies wird in seinem Verstand verankert sein, als die dringende Erfahrung, die ihn zu dem gemacht hat, der er heute ist. Redet er jetzt, sind die ganzen Schreiben von uns oder von wem, über uns oder worüber handeln die diese Schreiben? Das ist halt immer die wichtige Probe. Einfach im Kreis gelaufen. So, wo ist denn der Keller? Hier kommen wir nicht durch, das ist ein Ast. Hier ist der Keller. Nice! Immer in den Keller gehen. Und schon wieder. Und die selbe Tür öffnet sich. Die ist verschlossen. Eine Endlesschleife. Ah! 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 Und ihn selber ausmachen, weil das Licht? Nee. Ich kann das Licht jetzt nicht ausmachen, weil wir das aufgestockt haben. Okay. Ah! Ah! Oh Scheiße. Ich hab das jetzt nur ausgemacht, weil ich keinen Bock hatte, dass es wieder durch die Tür geschossen kommt. Ich wollte jetzt keine Agro ziehen, deswegen hab ich das gemacht. Da werden wir Schaden vorn getragen. Und wie er selber schon festgestellt hat. Das hat super aggressiv drauf reagiert. Jetzt ist es verschlossen. Oh Gott, ich bin so leise auf einmal, weil ich ja Verschüss hab. Hm. Aber hier knuspert es ja so hier in der Ecke, ne? Jetzt knuspert es nicht mehr. Nö. Hinter uns, irgendwo. Hier geht es auch nicht weiter. Die Tür ist, die kann man nicht öffnen. Oh. Oh, ich bin so leise. Oh, ich bin so leise. Und zwar. Hier geht es. Hm, nix. Zwei Finger, Hände abdrücke, ich weiß es nicht, hier ist ein Loch, wo wir reinkrabbeln können, aber dann geht es halt auch nicht weiter, man kann hier reinkrabbeln, aber das war's. Oh, wenn man krabbelt, dann ist das so, als würde... Ah, guck mal da, Seelen. Wenn die Kassette kriege ich nicht bin. Die Ruin. Ist das die Tür jetzt so, die jetzt aufmauern, jetzt aufmachen kann? Okay. Ich bin jetzt total besoffen, die war doch hier gerade. Mann. Ach, so, jetzt einfach aufm, okay. War ein stinknormaler Durchgang. Peter. Nein, das ist nicht Peter. Oder Peter. I will say it in englisch. Oh. Nein. Äh. Oh. Wie? 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 Kinder, Finger, Händeabdrücke, irgendwas, alles drum und dran. Wo müssen wir hier lang? Haben wohl keine andere Wahl Oh, alles ist wieder schick oder was? Es dauert etwas, aber es kann sein. Okay. Okay. Komm hier. Komm zu mir. Oh. Was steht da? You are, was? You are here. Nee. You are for her. Du bist für sie. You are here. Ja, genau. Kein Happy End. Du gehörst ihr. Kein Happy End. Du gehörst zu ihr. Oh, Mann. Die Hexe will mich. Die lässt mich nicht mehr los. Das Leben ist vorbei. Ein Happy End. Geht's auch nicht weiter. Da waren wir jetzt. Oh, eine Nachricht. Nachricht von Jess. Nein. Rück. Hä? Oh. Das liegt da. Nein, du sollst das Ding da aufnehmen. Eine Portemonnaie. Kannst du das drehen? Nö. Kannst du nur einsacken. Super. Okay. Was ist denn? Ja. I don't love you anymore. Okay. I don't love you anymore. Okay. Sehr gut. Ich hab's verstanden. Die Hexe liebt mich nicht mehr. Ist aber auch gleichzeitig nicht geil. Dann sind wir tot. Okay. Okay. Und wo ist Dings hin, Alter? Kava? Kava? Wie sind wir? Kava? Hä? Ich geh die ganze Zeit nur um Kava. Okay. 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 Die Tür ist doch schon abgeschlossen. Hundertprozentig. Siehst du? Braucht man ja gar nicht irgendwie. Sorry. Ich hab jetzt nicht in die Richtung geguckt. Deswegen konnte mich das gar nicht... Ärgern oder erschrecken. Sheriff. Ich glaub jetzt langsam ergibt das alles einen Sinn. Wir sind Kava. Wir sind alles ein und dieselbe Person. Oder? Bist du ein guter Mann, Alice? Du meinst Kava, oder? Wir sind ein und dieselbe Person, die uns hier grad in... Sieh nicht hin. Äh, falsches... Falsches Mobilgerät. Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Do not look... Okay. Don't look. Shit. There's no other way. I'll have to sneak past it. Somehow. Ich weiß, dass diese Stelle besonders für euch spannend ist. Aber wir hören jetzt mal hier auf. Und wir sehen uns jetzt zunächst mal wieder. Denkt doch daran, bitte das Video zu liken. Lasst so einen Kommentar da. Alles gut für den Algorithmus, ne? Und natürlich, falls du neu bist. Abonnieren nicht vergessen. Gut. Dann. Ciao. Oh. Leider ist das Video zu Ende. Oh. Auf jeden Fall hier an der Seite. Da könnt ihr den Kanal abonnieren, wenn ihr Bock habt. Und links oder da, hier irgendwo. Zeigt euch der Algorithmus. Das ist auch ein Video von meinem Kanal. Wo ihr denkt, das wäre was für euch. Genau. Das war's. Tschüss. Tschüss.